Ist die Kamera an? Die Kamera ist an. Ich habe hier den Smart Racket Prototypen und ich koppel unsere App mal via Bluetooth mit dem Schläger. Hier wird quasi eine Streamingverbindung aufgebaut und ich starte mal das Training. Die Zeit läuft. Unsere künstliche Intelligenz zählt die Schläge, kann aber auch unterscheiden zwischen Vorhandschlägen und Rückhandschlägen. Ich habe lange nicht trainiert. Ich versuche jetzt noch mal ein paar Topspins zu ziehen. Abgekantigt vorbei. Es waren noch mal drei Schläge pro Runde. Ja, hat gepasst. Zwei Vorhand, eine Rückhand. Neun Vor-Anschläge im Training, sieben Rück-Anschläge reichen auch für heute.